Hey Tim, ich möchte gern einen Brief an meine Freundin schreiben und ihr erzählen, was ich hier schon alles erlebt habe. Aber irgendwie hört es sich komisch an. Hast du denn die richtige Zeitform verwendet, Mila? Wenn du etwas aufschreibst, das schon passiert ist, verwendest du das Präteritum. Präteritum? Schon wieder so ein komisches Wort? Was ist das? Das ist die einfache Vergangenheit. Warte, ich erkläre es dir.